Willkommen bei sozialem fachlichen Betreuung. Weiter geht's mit den Klassenspielen und die Lückenführer. Das nächste Spiel ist Farbenspringen. Sie brauchen für das Spiel Tapete, Klebeband, Wassermalfarben, Pinsel, Wasser und Zeitung zum Abdecken. Hängen Sie einen Teil der Tapete senkrecht an die Wand. Ihre Schüler malen nun ihre Handflächen mit Wassermalfarbe an. Die Schüler sollen nun versuchen, so hoch wie möglich an die Tapete zu springen und ihren Handabdruck heranzuklatschen. Wer wird quasi der Springmeister? Die Variante davon ist, lassen Sie die Schüler die Tapete weiter gestalten. Das Material, wie gesagt schon, Tapete, Klebeband, Wassermalfarbe, Pinsel, Wasser, Zeitung und die Zeitung zum Abdecken. Das ist das Farbenspringen. Bis dann noch viel Spaß und tschüss.